herzlichen willkommen zu einer weiteren folge wir arbeiten jetzt weiter mit der ernte feld 1 ok das sollte jetzt klappen doch mal nichts gefragt mal schauen was verkaufen können nebenbei weizen haben wir noch drin als andere das lehrger ist zu 70.000 wo kann ich misst auch kein misst zu sehen okay auf das war man Pass mal auf. Ja, da geht's nicht. Ich hoffe, der Ton passt jetzt. Ich weiß nicht, wie viel es ist. Ich habe es nicht so gut. 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 Jo, die Wiese haben wir auch schon wieder. Jo, siehst du Armeid, lass mal. Jo, siehst du Armeid. 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 Ah! Ja, das ist wirklich gut. Cook-Off. Ich bin schon wieder hier, ein bisschen blöd eingefahren, dadurch etwas Augenblick beobachten, was wir hier einschreiten. Wir haben schon die Fahrzeuge hier. Da müssen wir mal was korrigieren. Wir wollen hier kurz entfahren. Und dann ist der Kurs hier entfällig. Und weiter geht's. Und dann ist der Kurs. Und dann ist der Kurs. Und dann sind der Kurs. Und dann sind die Kurs. Und dann ist er nicht weg. Und dann ist der Kurs. Und dann ist er ein bisschen. Ich würde nicht hier den Kelln verdienen. Das nicht. Also, wir pumpen nächstes Mal am Anfang. Platz oben rechts. Das ist glücker. Noch mal zum Hafen. Noch mal in jedem Fall eine Lambschaft. Das soll jetzt für die Folge gewesen sein. Man hört sich und sieht sich. Ich habe es soweit in Frage. Aber ich habe es nicht gehört. 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 Ich habe es nicht gehört.